Göhle, dich kann ja eigentlich gar nichts mehr nervös machen, ausser deine eigenen Auftritte bei deinen Konzerten. Ist die Nervosität von dir die gleiche wie jetzt auf dieser Bahn? Ich kann ja nicht nervös sein. Ich habe noch nie auf so einem Bändchen gekocht. Du weisst, Bahn fahren, das ist das eine, aber auch du musst ein Lied singen. Wir haben gedacht, bei dir ist klar, oder? Nehmen wir mal den Schwan. Ja, das ist eine scheisse Idee. Wieso? Weil wir den Text nicht haben. Du kannst den Text vom Schwan nicht auswendig? Noch nie können. Gut, dann nehmen wir mal ein anderes Lied. Ein Lied aus deiner Heimat, Berner Oberland, das Vogelisi. Ja, ist gut. Gut, okay. Da habe ich auch, wenn du den Text brauchst, den Text dabei. Den brauche ich auf uns, danke. Du musst aber gut halten, wir sind schnell unterwegs. Ja, ich habe es. Alles okay? Ja. Gut. Meine Damen und Herren, der Göhle exklusiv auf der Bluefire mit dem Vogelisi-Lied. Aduboden ist ... Mir geht es sehr schlecht. Hä? Mir geht es sehr schlecht, habe ich gesagt. Ich bin am Üben. Ja, aber Entschuldigung, es geht jetzt gleich los. Ich wünsche dir alles Gute Göhle. Und ich hoffe, wir sehen uns nachher wieder. Wenn ich nur wüsste, wo das Vogelisi wäre, das Vogelisi kommt von Aduboden her. Aduboden ist schön. Zoberland, ja Zoberland, 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 Zoberland ist schön. Jololo, Diyololo, Diyololo. Jololo, Diyololo, Diyolo, Diyololo. Meinen Menschen! Jetzt hast du mal eine gute Frisur. Ja, du hast wirklich. Danke vielmals, also gut. Vielen Dank.